Jaa... Baubedienung 721 eingeleitet. Aber immer noch schwach. So, und 350. Jetzt. Wir sind bereit. Wer weiß das schon? Drei neue Panzer auch noch. Perfekt. Sind du bereit? Sind du bereit? Wir sind bereit. So, jeder Panzer wird... Zu einem Gebiet geschickt. Sind du bereit? Du wirst... Okay, bleib nach oben am besten. Sind du bereit? Ja, und du bleibst hier einfach... Wir sind bereit. Sind du bereit? Dann greife ich gleich mit dem Menschen an. Wir werden geschossen! Okay, ähm... ja. Auch Rüstungskammer würde ich mal sagen. Vorschlag. Ja, das kann ich auch nochmal hier schnell machen. Aber jetzt Rüstungskammer. Dann gehe ich auch mal gleich zum Waffenkult hier. in dem Maschinenkult. Ach, kann ich noch nicht. Ach, das sind Raider. Oh, die sind scheiße. Predator. Das ist der Beste, ey. Brauche ich mehr Anforderungsbild. Och, meine Energie. So, hier geht jetzt alle hier. Jawohl. 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 Alter, es reicht mir doch. Jawohl. 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 Können die auch mal was anderes sagen? Wir werden es schaffen. Ich weiß es. Jawohl. Wir werden es schaffen. Ich weiß es. Oh, wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Wir werden beschossen! Wir werden diesem Alien Abschaum zeigen, woraus die Imperiale Armee gemacht ist. Lassen Sie uns diesen aufsichern und den Kampf zum Gegner tragen. Das ist der Chaos, General. Oh nein. Wir werden diesem Alien Abschaum zeigen, woraus die Imperiale Armee gemacht ist. Wir werden diesem Alien Abschaum zeigen, woraus die Imperiale Armee gemacht ist. Ich zerstöre damit zwar meine eigene Leute, aber was soll's. Menschen sind eh schlecht. B 2020. Hab ich gerade eine Armee bekommen? Hä? Dienstbereit. Ja. Wunderschön. Das Teil. Perfekt. Dienstbereit. So. 5, 4, 5, 6. Diese scheiß Menschen nehmen so viel rein. Warum hab ich 20? Ich versteh's gar nicht. Jawohl. Jawohl. Wir werden es schaffen. Ich weiß es. Wunderschön. Wunderschön. Boah. B New. Josh-Blobal. Soldaten bereit. Scouts bereit. Jetzt hab ich neund... Hä? Was? Lol? Scouts bereit. Ist ja geil. Seit wann habe ich denn das hier? Oh. Oh. Oh, oh, oh. Heftig. Ist ja richtig genial. LOL. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Infiltriere feindliches Territorium. Verteidige das Ziel. Wir haben beschossen. Ja, ja, was soll ich tun? Bauerroutine 721. Bauerroutine 1. Oh, scheiße. Scouts bereit. Spacemarines einsatzbereit. E-Wolf. Wir suchen den Feind. Wir suchen den Feind. Oh, ja. Bum, 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 bum. Wir suchen den Feind. Könnt ihr das auch annehmen? Perfekt. So, vielleicht hier mal ein paar Geschütze aufbauen. Bauerroutine 721 eingeleitet. Ja. Bauerroutine 721 eingeleitet. Dann mache ich hier Panzer. Jawohl. Wir sind bereit. Hä? Wir sind bereit. Jetzt habe ich die auch noch als Unterstützungsfeuer bekommen. Ist ja... Geil. Ist ja richtig einfach. In Gump, in Gump, in Gump. Führe dich in der Hand vor. Ach, wisst ihr was? Geht einfach hier hin und bleibt stehen. Ihr seid so schlecht. Ihr wünscht es? Niemand wird überleben. Die sind doch ganz schön stark. Ich dachte immer, die werden schmacken. Perfekt. Ich glaube, dann werde ich die auch noch mal. Werde ich nur mit diesen angreifen. Das sind schon 20 Stück. Wir suchen den Feind. Glaube ich. Wie kostet das denn? Wir werden beschossen! Alter, 212 produziert. Das ist doch unglaublich. Niemand wird überleben. Stürb. Ja?